Hallo, hier machen wir mit einem neuen Ad-Player, der sich präsentiert von mir, R.M.A.T. und natürlich wie alle die Sendungen von AACS.LU und Computer Solutions. Und natürlich vergesst nicht meine kleine Facebook-Seite. Einfach nicht mal aufschicken und dann hörst du zu. Und da wird er schon. Und dann. Cool. Nee, war schon heil in Hun. Ja, merci. Boah, S-sachen, heisuka gehen, dann. Und dann. Dann machen wir das noch schnell. Ich hoffe, dass... Die Low-Level-Schule ist hinzu. Ich hoffe, dass wir an der heutigen Session, an der... An der 5. Juni, dass wir gekillt kriegen. Schwierig. Es gibt ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Wir gehen. Ja, haha, haha, haha. Äh, okay, ja doch. Ja, okay, das ist aber nicht so einfach. Ich meine, ich finde, jede Meister runter. Ich muss tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ich hoffe, nicht mehr, nicht mehr zu laufen und noch nicht mehr zu bringen. Ich meine, ich habe noch eine Schülerin. Ja, ich habe noch eine Schülerin. Ja, ich habe eine Schülerin. Und du hast... Ja. Also, für die Töschung geht die Schülerin, die zieht mich. Ich meine, ich habe noch eine Schülerin. Ich weiß nicht, wie wir das tun. Ich weiß nicht, wie wir das tun. Es ist relativ, ähm... Einfach. Entschuldigung, natürlich. Ähm, immer die Schülerin umzubringen. Wenn die Schülerin umbringt, und alles aus richtig gelaufen, greift bei den nächsten Köln sie nicht um. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ein Bucks, oder gar nicht normal, ob das die Gliedscher ist. Aber... Sie sind nicht oft gewonnen. Und ich habe immer gemerkt, dass das... Ich... Ich habe immer die Rastafärin gewonnen. Ich habe mich nicht täuschen. Ja. Acht Minuten. Na, Schatz. Ja. Oh. Oh, sie... Oh, Sozialloid. Hm. Oh, bitte. Schmeiß Ding los. Okay. Dann sagt mal Luther, um das klappt. Doch damit ist nun Schluss. Ich gebe euch die Möglichkeit, eure Waffen niederzulegen und euch zu ergeben. Ne. Nein. Ist euch das schon mal gelungen? Hm? Manche Leute haben Verstand. Andere müssen unterworfen werden. Ihr werdet eure Waffen fallen lassen und euch mir ergeben. Hm? Hm? Hm. Ja. Hm. 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 Ich flehe euch, ein neuer Leben nicht wegzuwerfen. Gebt diese Jagd auf. Ihr verschwendet euren Atem und meine Zeit. Sterbt! Tendis, dein Lichtschwert. Okay. Ah, so dick, dick. Wie gesagt, mir gucken und ruf dich das mal. Ich finde es hier in der Neckbrot gehören, die auch noch mit AE attacken. Ich werde mir nur noch mal wieder aktivieren, dass der Toten. Der Toten, der Toten, der Toten. Gut, das ist dort. Gut. Das Slime, ich warte, würde man dann... Ja, Toten, raus. Tschölt. Okay, ich hab's viel mehr verwischt gemacht. Ich darf die Schüsse nicht hinlegen. Ah ja, warte mal. Für die muss ich mal die Gaze wirken. Okay, ne. Das ist relativ easy going. Keine Ahnung, wie weit mehr. Huh! Okay, kann man mal ziemlich schwatzen. Hat der Junkie rumgehielt. Das ist unmöglich. Meister! Worauf wartet ihr, Kopfgeldjäger? Tötet mich, wie ihr meinen Meister getötet habt. Nur zu! Okay. Euer Meister ist aufrecht gestorben. Ihr nicht. Okay. Was ist das? Oh, du wirst du wirst. Oh, du wirst du wirst... Oh, du wirst du wirst... Oh, ich muss nur noch mal den Bier herunternehmen. Das hat doch noch nicht gewonnen. Ich habe jetzt noch mal einen Sprechhaus gefangen. flieht zu eurem schiff zu eurem schaffig also weil er es gelungen also es ist also tatsächlich gelungen weil man schnell genug waren die dote komplett zu umgauen ich weiß nicht ob das so gewollt war für Bioware mir das gingen die dote sind sie gelaufen und sie sind einfach lang gekommen respekt für euch dicke fette high five sie da war wie einfach der luft weil sie dort noch an die duchern schatz wirklich schuldig gibt es noch als kampfkriegen die alten leute war eigentlich ein schist ungeschickt das hat sie auch nach kind in den im guan ja ich will extra hier müsste ob drücken da sein sag wie sich also die youtube die imaginär barriere gehört besser luft wo sie kommen aus das tschiff gewischt ganz einfach ich hatte auch kein zu wissen ja wie gesagt hat kenten benutzt das intercom auf deinem schiff und dann menschheit bei der nächsten holle ich dann das ist dann die 66 sind von sie auch allgorithisch gerendert und hat ja hoffen ich hoffe noch dass sie gerendert und dann ja immer heute noch fertig und nicht hier mit euch genau dann noch fertig und die ganze abholen dann ja dann natürlich firma dann denkt das er auch dann denke ich auf facebook und dann bei der skin mod ganz im herzen habe ein nice day